Wir haben Sicht auf die Hüse Hier ist einer, Jungs! Jungs, Jungs, Jungs! What the fuck? Der steht hier einfach! Nichts machen, lass ihn einfach! Ich komm aber aufs Dach! Ich komm raus! Nein, komm hierhin jetzt, Dima! Komm, komm, geh dahin! Nein! Lass ihn leben! Hinter ihn, hinter ihn! Warte mal, warte mal, warte mal! Du gehst hier hin um! Warte mal! Der ist down! Wir müssen den Geisel reden! Oh mein Gott! Die haben die Geisel! Nein, guck hinter dir raus Marvin! Du musst mal pieken! Oh mein Gott! Nein! Nein! Das ist der rettende Schuss für den Präsidenten! Nein! Nein! Ganz gemütlich! Ich hab ihn gehittet! Ich hab ihn gehittet! Er geht einfach gemütlich runter! Ich dachte schon, der Glas wäre die Krönung gewesen! Digga, wie lange es dauert, Digga! Er kriegt ein paar! Wer geht denn denn hier raus? Ich weiß nicht, ob bei mir einer hochkommt, ey! Ey, kann ich einfach hochdashen? Ne! Mach die denn! Bist du komm mal denn! Ey, ihr habt solche Idiots! Wie denn, wenn die einfach die Geisel treffen? Da hinten liegt einer! Wie denn, wenn die einfach die Geisel treffen? Was macht, was macht die mal da? Das geht sogar! Ach was! Das sind halt, das sind halt random, die sind halt wirklich dumm und campen die ganze Zeit! Oh mein! Ich wurde gespawnt piekt! Ja! Das ist ein Problem! Wenn er sich einen Schritt bewegt! Aber das ist ein ADS! Das ist ein ADS, ey! Das ist ein ADS, ey! Ich glaube, er ist blind! Wie ihr vielleicht bemerkt habt, ist das heutige Video etwas anders bearbeitet als sonst! Und zwar mit Filmora! Und ihr fragt euch, was ist eigentlich Filmora? Filmora X ist ein Videobearbeitungsprogramm, was ich wirklich loben muss für die extrem einfache Bedienung und auch das Hinzufügen von Effekten! Einfach per Drag & Drop auf den Clip ziehen und schon hast du einen Effekt oder einen Übergang! Ich habe hier mal was eingeblendet, was man ganz schnell mit ein paar Klicks hinbekommt! Aber auch komplexere Sachen wie Keyframing oder Motion Tracking funktionieren hier sehr gut! Dazu kommt noch, wenn ihr recht unerfahren seid, was so Videobearbeitung angeht, aber ihr selber trotzdem mal Videos produzieren möchtet, vielleicht um mal selber mit einem YouTube-Kanal durchzustarten, dann könnt ihr ganz einfach auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Filmora euch Tutorials angucken! Und wenn ihr lieber Videos auf Handy bearbeitet, dann gibt es dazu auch noch extra eine Filmora Go-App! Die Links findet ihr alle in der Beschreibung, da könnt ihr euch Filmora kostenlos zum Testen herunterladen! Und ansonsten wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim restlichen Video! Junge, danke dir! Hallo da! Ja, Digga! Nicht in die Erke, nicht in die Erke! Warte mal! Warum bist du denn immer noch da oben, du Idiot? Mal gucken, wie die Lage aussieht! Ach, Flashbang! Das liegt ein Maestro in der Ecke und ich hab so'n Ding nicht mehr! Auf deine Seite! Arter Song mit ihr wohnt. Auf deine Prodauere Seite! Auf deiner Drohne! Binnen! Hast du noch'n Dohne! Litt auf andere Seite! Litt auf andere Seite! Litt auf andere Seite! Gleich Aufmerksam hast du mehr! Ab, Digga! Nein! Oh mein Gott! Inside! Inside! Was? Oh mein Gott! Wie ist denn mit denen? Warum hast du den Killcam gesehen? Hilfen sie mir! Ich bin in Gefahr! Hinter dir ist noch einer! Weiß ich doch nicht wo der andere ist! Jürgen, ich hab's gehört! Bitte bewegt dich nicht! Es ist immer der am letzten üblich ist aber bewegt sich immer! Das kann echt gut werden bei dir! Das kann wirklich gut werden! Es kennt dich! Du zum Arsch! Bewegt dich trotzdem! Ein Scan! Hältst du schon aus! Ach du Scheiße! Hey Digga! Ich weiß nicht wo du bist! Seine letzte Position war hier! Er muss hier irgendwo stecken! Aber nicht zünden, nicht zünden! Jetzt wird einfach so! What the fuck? What, what? Hier haben sie vier! Wo ist Gump from? Wo ist Gump from? Oh mein Gott! Zünde, 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 zünde! Fuck! Schade! Oh man! Das wär zu gut gewesen! Das wär zu gut gewesen! Das wär ein Freakl gewesen! Aber, aber wortwörtlich ein Freakl! Aber wir müssten gleich mal hier! Wir müssten gleich mal jungen und so mitnehmen! Und einen Nomad und so! Guck was hätte Kruppen da! LOL! Nein! Ja! Ja, ich hab schon mal den Exxon, Babe! Ach hab ich! Justin, kannst du dich umbringen? Ja! Oh mann, Justin! Der ist doch wie kalt schnitz! Hä? Marvin, bring doch einfach um! Ich mach einfach den Nate ab! Warum? Bring dich doch einfach um! Bring dich doch einfach um, du Idiot! Ach sieh, du blutst ja dann eh aus! Wir haben Kopfraschnitzel! Alter! Das ist wild! Ich bin ganz nah neben dem Face dann! Uh, Justin! Oh mein Gott, Marvin! Mach mal ne Weltcam oder so! Ich will mich sehen! Oh mein Gott, Marvin! Hä? Nein, Trepp! Ey, wie macht das, was mein Chill auf dem Rücken ist? Ja, aber deine Beine sind vorne! Trepp, mach mal ne Cam! Mach mal irgendeine Cam oder so! Nein, ich weine! Janis, lieg ich so denn gut oder soll ich lieber quer liegen? So liegst du eigentlich schon gut, aber wenn du dich anders rum liegst, schießt die vielleicht dein Schild ab! Ich hab rechts von mir was! Marvin, du bist so süß, Irgendwann! Hörger, ich hab ein Bein verloren! Justin, geh bitte weg! Ja! Ron, du fucking Idiot! Die erste... Ich bin tot! Ja, was habt ihr davon? Ein Drehwaffe! Ein Drehwaffe! Super blät! Oh, ich wurde gecheckt! Bitte mach die weg! Bitte helfen sie mir! Achso! Jetzt, 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 jetzt! Fuck! Willst du da drunter? Nein! Das war der Fluss nur, der... Du kannst jetzt da drunter, du kannst jetzt da drunter, mach! Der kann nicht mehr flussen! Wie kann man so ein abgefucktes Timing haben? Gehst du hinter ihm? Nein, nein, nein! Ich... Ich mach so! Ich hoffe, ich hoffe, er kommt zu mir! Was? Du hast ihn getrollt! Oh, schade D. Ah, Mann ey! Er hat dich jetzt schuld, Junge! Bleib liegen, bleib liegen! Wer? Er muss rein! Er muss rein! Er muss rein! Oh nein! Oh nein! Oh mein Gott! Ey, er geht wieder raus! I make the tutorial! Oh, how to do the tutorial! I make the tutorial! I make the tutorial! I make the tutorial! I make the tutorial! Auf deinem Kopf ist Glück gekommen! Ich habe eine Kamera am outside, aber bitte! Der hat mich auch gehittet! Lass... Lass du nicht peeken! Wir brauchen dich! Oh Gott! I need healing, please! Oh mein Gott! Ich wollte nur die... Die Popkarton wegmachen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich wollte nur die... Die Popkarton wegmachen! Die Ecke Drohne! Jussi sitzt einer in Sunrise! Der Mosi! Ich habe ihn healed! Kannst du auch aufmachen? Kannst du mal da oben aufmachen? Für Nate? Ganz links! Wie lange? Er kommt aus! Daddy! Das ist drin, oder? Du hast aber mal einen netten Planeten! Mir fällt glaube ich, ich habe hier kein Headset aufgesetzt! Das fehlte einfach! Junge, wird die Ella mein getriggert! So, ich war fast fertig! Schöne Runde! Damn, Alter! Ich sollte vielleicht ein Headset aufsetzen! Ja, aber schon lucky von der Freizeit! Obwohl man... Hörst du ja eh nicht! Jo, er war schon... Am Schießen! Da habe ich ihn nicht mal gesehen! Ah, Leute! Da muss ich nicht später! 15 Sekunden! About four, last stop standing! lecturer fato ferde in einem einfachen Jetzt ist links Marvin! MVP! aach, Schade! Danke euch! Ich habe aber nichts gehört! Opp four eliminated! Mission successful! Ohne Headset! MVP! daran merkt man, du brauchst keinen Sound in dem Game, weil du eh nichts hörst! Ja, genau! Oh, der ist jetzt an der Badezimmertür Ja, liegt glaube ich an der Badezimmertür Ja Scheiße Können wir nicht einmal ganz kurz piepen? Der ist schon drin, wir haben einen B Digga, mein Timing ist, ich hasse mich selber, ohne Scheiß Just hat den, just hat den, noch einer Ich bin so ein Opfer manchmal Na, hier close Digga, ich wurde hinter der Wand geholt Ich, ich bin so ein Opfer, Junge, ich kann nicht mehr Ach so, Digga Ich bin echt sprachlos langsam Ich ähm die ganze Zeit dieses Fenster ab und in einer Millisekunde, wie ich reinspringe piekt da einer Ich bin so Pff Run Ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020